Freust du dich, genau wie ich, auf die 5 Tage des Gebets? Dann kommen hier gute Nachrichten, denn am 20. bis zum 24. Juni sind schon unsere 5 Tage des Gebets. Wir wollen uns diese Tage nehmen, um für unterschiedliche Anliegen zu beten. Und welchen Gebetsfokus wir haben, findest du auf deiner Gebetskarte. Die Zeit wollen wir verstärken durch Fasten. Wenn du möchtest, kannst du dich mit einklinken und auf eine, zwei oder drei Mahlzeiten am Tag verzichten, um einfach Gott zu sagen, hey, ich bin voll und ganz abhängig und ich erwarte, dass du in diese Gebetsanliegen echt eingreifst. Am Donnerstag haben wir einen etwas längeren Abend, denn dort wollen wir uns nach der Gebetszeit noch Zeit für Lobpreis nehmen, um Gott zu feiern für die Durchbrüche, die wir gemeinsam erleben dürfen. Also sei vor allem auch am Donnerstag mit dabei. Ich freue mich auf die 5 Tage des Gebets. Wir sehen uns immer um halb 7. Um halb 7 morgens und abends. Also kling dich mit ein und lasst uns gemeinsam beten. Denn Glaube ist unsere Stärke.